Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kochen mit Genuss. Heute dreht sich alles um die Frage, wie schmeckt Mangold? Vergessen Sie bitte nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir gehen nun auf die Frage ein, wie Mangold schmeckt und erklären die Unterschiede. Die Frage hat sicherlich schon den ein oder anderen neugierigen Feinschmecker beschäftigt. Mangold ist ein Gemüse, das aufgrund seines besonderen Geschmacks sowie seiner vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten immer beliebter wird. Doch wie genau schmeckt Mangold? Um das herauszufinden, tauchen wir jetzt tief in die Welt des Mangoldgeschmacks ein. Mangold schmeckt erfrischend und hat einen leicht bitteren, aber dennoch angenehmen Geschmack. Er erinnert ein wenig an Spinat, besitzt jedoch eine ganz eigene Note, die ihn auch unverwechselbar macht. Die Stiele hingegen haben eine etwas süßere Note, die an rote Beete erinnert. Der Mangoldgeschmack ist vielschichtig und kann je nach Zubereitungsart auch variieren. Wie schmeckt Mangold roh und wie schmeckt er gekocht? Gibt es hier vielleicht einen Unterschied? Roh hat Mangold eine knackige Textur und einen kräftigen, leicht bitteren Geschmack. Gekocht hingegen wird er milder und die Bitterstoffe treten in den Hintergrund. Der Mangoldgeschmack wird so runder und harmonischer. Weiter geht es mit der Frage, ob die Blätter und die Stiele unterschiedlich schmecken. Denn auch hier gibt es Unterschiede. Die Blätter schmecken, wie bereits erwähnt, ähnlich wie Spinat, jedoch mit einer Hauch von Erde und einer angenehmen Bitternote. Die Stiele hingegen sind knackiger und schmecken süßlich, erinnernd an den Geschmack von rote Beete. Und die Zubereitungsart kann auch großen Einfluss auf den Geschmack von Mangold haben. Die Art und Weise, wie Mangold zubereitet wird, hat insofern Einfluss, dass man ihn gedünstet, gebraten, roh oder gegrillt servieren kann. Gedünstet, hierdurch wird der Mangold weicher und sein Geschmack milder. Gebraten, bei dieser Zubereitung karamellisieren die natürlichen Zuckermoleküle im Mangold, was zu einem süßeren Geschmack führt. Roh, in diesem Zustand hat Mangold den intensivsten Geschmack und ist am knackigsten gegrillt. Durch das Grillen erhält der Mangold ein rauchiges Aroma, das seinen Geschmack etwas abrundet. Auch in Kombination mit verschiedenen Gerichten treten verschiedene Eigenschaften des Mangoldgeschmacks in den Vordergrund. In einer Quiche oder einem Gratin verleiht Mangold dem Gericht eine ärdige und leicht bittere Note. In einer Pasta hingegen tritt der eigentliche Mangoldgeschmack deutlicher vor und ergänzt die Soße auf harmonische Weise. In einem Salat schließlich sorgt Mangold für einen frischen und knackigen Kontrast. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Geschmack von Mangold vielfältig ist und je nach Zubereitung und Kombination mit anderen Zutaten variiert. Doch wie bei allen Speisen ist es am besten, Sie probieren das einfach mal selber aus. Wir hoffen dieses Video hat schon einmal weitergeholfen. Abonnieren Sie unseren Kanal und bis bald! 3 3 3 4 5 6 6 20 21 22 25